Was diese Sandkastenmuschel mit dem Touchofen zu tun hat, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Heute die absolut ultimative Touchofenreinigung. Ja und wie machen wir das? Einmal eine Sandkastenmuschel, den Touchofen und den Rest hole ich jetzt hierher. Und da gucken wir jetzt, was ich alles habe. Tja, was haben wir hier alles? Einen ganz einfachen, trockenen Sack Quarzsand. Eine Sandstrahlpistole mit Becher, beziehungsweise kann man auch eine Sandstrahlpistole mit Saugschlauch nehmen. Funktioniert beides. Ich werde wahrscheinlich heute wieder diese hier verwenden. Was heißt wieder mal? Die habe ich mir übrigens neu gekauft, weil meine alte, naja, etwas defekt war. Dann eine Schutzbrille. Besser ist, man hat eine komplett geschlossene wie eine Taucherbrille, aber in dem Falle habe ich hier noch aus meinem alten Fundus so eine kleine Schutzkappe. Ja, da hängt so ein Helm unten drunter. Ja, da kommt normalerweise auch nichts draus. Drauf und durch. Tja, und die alte ausgediente Sandkastenmuschel vom Junior. Da drin machen wir das Ganze. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehe ich mich um und dann legen wir mal los hier mit den Sandstrahlen. Das ist natürlich nichts, was wirklich jeder nachmachen kann, weil wir brauchen natürlich noch einen großen Kompressor dazu, der die Druckluft bringt. Und ja, auch den Platz, weil direkt vor der Nachbarstür würde ich sowas auch nicht machen, aber hier bei uns im Hof kann ich das schon tun. Weil das gibt ja doch eine relative Sauerei, aber das seht ihr nachher dann gleich selber. So Freunde, zugeknüffene Augen sind der Sonne geschuldet. Richtig schön heute. Wollen wir noch mal ganz kurz zu den Kosten kommen. Sandstreipistole habe ich mir jetzt eben gestern geholt. Die hat mich 20 Euro gekostet. Dieser Quarzsandsack hat knapp 10 Euro gekostet. Den Sand kann man wiederverwenden. An Kompressor, mein Gott, sage ich einmal, gibt es von 100 bis was weiß ich wie viel, 1000 Euro. Möglichkeiten gibt es auch noch. Man kann zum Beispiel ein Gewächshauszelt außenrum stellen, eine Folie unten reinlegen. Dann hat man eine schöne Sandstrahlkabine. Dann gibt es natürlich noch so einfache Sandstrahlkabinen, wo man mit zwei Händen reinlangt und zum Strahlen ist alles möglich. Habe ich alles nicht. Ich habe zwar mal eine gebaut, aber die haben wir wieder zerlegt, weil es nicht so ganz funktioniert hat, wie wir gerne wollten. Und dann brauchen wir auf alle Fälle eben, wie gesagt, noch eine ordentliche geschlossene Schutzbrille oder eben dann so einen Helm. Den habe ich mir irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal in Ebay geholt. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich jetzt einmal an. Ich werde bloß eine kurze Szene drehen in Nahaufnahme vom Strahlen her, weil nicht, dass man hier der Quarzsand ins Getriebe von der Linse, von der Chem kommt oder so. Das ist ja dann nicht so gesund. Aber für den ganz kurzen Test, ja, hier oben sehe ich gerade, war der Deckel ein bisschen rostig. An der Stelle fange ich an. Ja, genau. Durch die Patina sieht man es nämlich doch. Und legen wir einfach mal los. Die Heususen unter euch, wo schreiben, oh, man kann das doch mit dem Topf nicht machen. Doch, sehr wohl, weil im Normalfall das Gussmaterial wird eigentlich gar nicht angreifen, bis so geringfügig, dass das absolut gar keine Rolle spielt. Und deswegen bin ich da absolut schmerzfrei. Ich mache mir jetzt die Hände mit dem Deckel nicht dreckig. Ich habe den Topf übrigens nicht einmal mehr sauber gemacht. So, genau hier strahle ich jetzt. Jetzt schaue ich bloß, dass ich die Chem noch ordentlich ausrichte. Es gibt natürlich auch spezielle Strahlmittel für Sandstrahlpistolen. Aber ich denke, oder bis jetzt habe ich immer den Quarzsand verwendet. Ja, das ist die günstigste Alternative und hat immer hervorragende Ergebnisse gebracht. So, ich mache mir jetzt fertig. Ich stelle einmal die Chem ein. Und dann geht's los. So, ich bin jetzt bloß in Schatten gegangen, damit ich auch was am Display habe. So, Leute. Hier habe ich jetzt schon mal einen Gestalt. Und man sieht, es ist das blanke Metall. Der Rostfleck, was drauf war, ist komplett weg. Und so werde ich jetzt den kompletten Topf strahlen. Und ja, ich glaube, ich lasse die Chem dabei lieber aus. Und ja, bevor man da wirklich Sand reinkommt, das ist mir jetzt lieber. Ich werde euch nachher definitiv das Ergebnis zeigen. Und vielleicht einmal dann noch aus Entfernung, wie ich da hantiere. Nee, das filme ich auf alle Fälle aus Entfernung nochmal. Ja, aber ich mache jetzt erst einmal den Deckel komplett fertig. Dann zeige ich euch den. Da hinten klingelt der Telefon. Und ja, im Anschluss machen wir dann den Topf selber, wo ich euch dann, ja, zeige, wie ich da rumspringe. Also Leute, eine Schweinearbeit ist es. Puh, den Deckel habe ich jetzt soweit. Außen habe ich, ja, nicht ganz so extrem gestrahlt. Wie gesagt, Außenseite, innen bin ich soweit auch zufrieden. Den werde ich jetzt nochmal ausspülen, trocken reiben und dann erst einmal auf dem Gasgrill anwärmen. Oder einschmieren und, ach komm, das zeige ich euch auch noch schnell. Den Topf selber habe ich jetzt beschlossen, zu ich doch erst noch ausspülen. Schön rauswaschen mit Spülmittel, Spülmaschinen, Reinigungsmittel. Warum? Die Patina ist hartnäckiger, als ich gedacht habe. Und, naja, wenn es vorher schon sauber ist, baue ich nicht mehr so extrem viel Strahlen. Okay. Spülen, aufwärmen, einreiben, einbrennen und das andere Ding auch spülen. Bis gleich. Deckel liegt drauf zum Anwärmen, zum Trocknen. Den habe ich eben gerade nochmal ausgespült. Schatz, ich meinte gerade, das Strahlen hätte immer spannen können. Spülmaschine hätte es genauso sauber gemacht. Ich sage nein. Ja, als Beweis habe ich sie den Rost am Deckel suchen lassen. Hat sie nicht gefunden. Ja, durchs Strahlen weggegangen. Aber sauber wird es durch die Spülmaschine auf alle Fälle. Und es ist danach die Reste zum Rausstrahlen auf alle Fälle wesentlich einfacher. Ja, nur so, meines Erachtens nach, kriegt man wirklich Poren tief rein. Nicht einmal mit einem Stahlschwamm, weil ich glaube nicht, dass der wirklich bis in die Poren reingeht. Ja, auf alle Fälle lassen wir den jetzt kurz, heute habe ich es wieder, die ganze Woche schon. Lassen wir den jetzt ein bisschen anwärmen und dann tun wir den gleich mit der Petromax Einbrennpaste einreiben. Und dann sauber einbrennen. Genau. Also wenn man den komplett sauber gemacht hat, empfiehlt sich das im Topf auf alle Fälle ein bisschen anzuwärmen, dass sich die Paste wirklich ordentlich verteilt. Ja, er ist leicht warm. Dass es wirklich überall richtig schön drauf ist und auch in die letzte Ritze reinläuft, die Einbrennpaste. Aber ihr wisst ja, wir machen das ja sowieso zweimal. Mindestens Bei so einer Hardcore-Aktion würde ich schon fast sagen, sollte man das dreimal machen. Aber das werden wir nachher dann gleich sehen. So, und ich denke, für die nächste Runde werde ich mal den Topfdeckelhalter von Petromax holen. Alter, wird der Topfdeckel ziemlich heiß sein. Kreizblutige Hennerkäpft. Fünf Minuten Flasche leer. Ach, das regt wieder schon wieder auf. Jetzt nehme ich den auf alle Fälle mal runter, lege den auf die Seite, lasse ihn abkühlen. Und der Seite... Na ja, sieht doch ganz gut aus. Was mich bloß jetzt stört, hier ist ein bisschen der Rand. Das sieht komisch aus. Das muss ich genau untersuchen. Ja, den kann man dabei ausmachen. Aber das muss ich jetzt genau angucken, was das ist. Puh, Leute, waren da noch leichte Reste vorhanden. Das sieht mir fast danach aus. Dann schrubbe ich das nochmal schnell mit der Stahlwolle ab. Wenn der kalt ist. Und gut ist. Aber das sieht mir fast noch nach Resten aus, wo er nicht ganz sauber war. Na ja, auch so kann es laufen. Na ja, aber innen sieht er wirklich gut aus. Könnte ich vielleicht noch über den Rand oben noch ein bisschen drüber schrubbeln. Und das werde ich nachher auch gleich machen. Aber ansonsten... Ja... Dann machen wir halt das Krustzügel hier jetzt noch weg. Und reiben den dann nachher, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, nochmal komplett ein. Aber zu der ganzen Sandstrahl-Geschichte werde ich gleich noch was dazu sagen, wenn ich den Deckel so weit habe. Und schwupps, siwupp, bin ich schon wieder komplett beim Einreiben. Das Ding ist eigentlich immer noch prügelheiß. Aber wenn es geht, dann geht es. Warum habe ich eigentlich den Grill ausgemacht? Zwei Minuten hätte ich ihn auch anlassen können, aber egal. Der ist gleich wieder angefeuert. Tja, Freunde, dann können wir auch schon die zweite Runde starten. Ab auf den Grill. Zweite Runde habe ich jetzt bloß mal die äußeren Brenner angemacht. Mal gucken, wie der Deckel dann wird. Also, noch zum Sandstrahlen. Wer eine Firma bei sich in der Gegend hat, wo er weiß, dass die Sandstrahlen... Der kann mit Sicherheit seine Döpfle dort abgeben, dass die von 5 oder 10er den Topf mit durchstrahlen. Ich habe früher in Kaufbeurerin der Firma gewusst. Aber da jetzt extra 100 Kilometer zu fahren, ist man definitiv zu weit. Und da, wo ich es mal geschafft habe, die könnten den Topf zwar einfach mit aufs Band drauflegen und durchfahren lassen. Aber, hey, das sind so Okolyten, weil die strahlen wirklich dicke Stahlträger und Teile, wo sie danach schweißen. Und das wäre mir dann doch zu heftig für den Topf zum Strahlen. Also, da sollte man schon ein feineres Material nehmen. Okay, ich bringe jetzt den Deckel. Ja, soweit ein. Also, ich denke wirklich, dass ich das auch dreimal mache. Und wenn der dann endgültig fertig ist, zeige ich euch den natürlich. Ja, und der Topf ist ja eine Spülmaschine. So, Leute. Mein Deckel liegt jetzt zum dritten Mal frisch eingesalbt auf dem Gasgrill. Eingesalbt? Ja. Hast du dich beherrscht? Und, ey, Leute, ich muss sagen, leck mich am Arsch. Dass der Topf so aus der Spülmaschine rauskommt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ich da im Laufe der Jahre alles angesammelt hat. Das ist schon der Hammer. Also, von außen, man sieht schon, und von innen. Also, es ist schon heftig, aber das Ganze war eben unter der Patina versteckt. Und, ja, auf alle Fälle, der wird jetzt noch mal ordentlich gestrahlt. Da hinten. Oh, dazu muss ich mich ja wieder umziehen. Und, ja, danach werde ich den einbrennen. Genau. 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 So, jetzt mach. Das ist ein Bremsch. Ich brauche, ich spiel bitte. Ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Kicke. Ich brauche, ich brauche, ich brauche zu machen. Ich brauche, ich brauche, ich brauche zu machen. Zitzen, die Zitzen, die Zitzen sind. Tja Leute, es ist ein mühsames geschäft aber das ergebnis lässt sich sehen damit lässt sich arbeiten ich werde jetzt noch den kompletten rand machen und dann den topf innen dann zeige ich euch den noch mal nachdem ich ihn ausgespült habe einmal kurz ja und dann werde ich den auch noch einbrennen tja wohl dem der so eine kleine sandstrahlt kabine hat aber 23 400 euro dafür habe ich jetzt nicht übrig irgendwann vielleicht kaufe ich mir doch noch eine oder und dann mache ich jeden topf so aber ihr seht das ergebnis sieht gut aus ganz schön hot unter der haube und leute genau das verstehe ich und der ultimativen der blödmann hat mich sogar noch angegrinst der hat nämlich genau gesehen dass ich eine aufnahme machen deswegen hat er extra gas geben naja also genau das hier verstehe ich unter einer ultimativen touchofenreinigung da kommt keine spülmaschine hin da kommt nichts hin tja und wer jetzt meint den touchofen würde man auch sauber kriegen mit so einer drahtbürste für die bohrmaschine oder so einer topfbürste für die flex gibt es natürlich auch in der form für die flex und das wäre viel besser zudem muss ich sagen du rennt wie ich ja warum man erhält zwar mit denen eine schöne glatte glänzige oberfläche aber diese drahtbürsten machen diese feinen poren eigentlich nur zu und haben ein abrieb und das schöne glänzige was man nach so einer drahtbürstenaktion sieht ist eigentlich nur der abrieb von der drahtbürste und unten drunter hockt immer noch der rost ja also sandstrahlen ist wirklich die einzige alternative um so ein touchofen zu 100 prozent sauber zu kriegen ich werde ihn jetzt nicht einmal mehr ausspülen ich habe den komplett ausgeblasen abgeblasen mit der druckluft pistole und den schmier ich jetzt gleich mit der paste ein nachdem ich genießt habe oder auch nicht gehen erst einmal ganz kurz aufwärmen und dann mit der paste sauber einreiben das kann ich eigentlich gleich machen also ganz kurz aufwärmen und leite so sieht der deckel aus der sieht doch aus wie neu würde ich mal behaupten die ränder was ich vorher da oben drin gehabt habe ich vermute dass da noch etwas von dem sand hängen geblieben ist was noch etwas feucht war deswegen sah das so komisch aus also das ist jetzt meine vermutung den werde ich jetzt auch noch mal einbalsamieren und dann kann der schon auf die seite beziehungsweise ich habe ja gesagt touchofen einbrennen ist für mich erst passiert wenn es was leckeres aus dem touchofen geben hat und das passiert dann heute auch noch aber erst später wenn ich auch in der badewanne war beziehungsweise in die gehen ab gehe ich nachher ich gleich so ist er schon warm genug das reicht schon aus so dass man den jetzt hier ja ich würde sagen auch auf dreimal einbrennen und leute was mache ich heute abend in den touchofen irgendwas leckeres mit hackfleisch aber das ist dann ja das nächste video tja leute und während jetzt da der topf so vor sich hin schmuggelt werde ich mich jetzt schön in die badewanne begeben mit einem geilen badezusatz der heißt karibiktraum wo noch wer richtig geil unterstützt wird durch den ganzen sand ok wir sehen uns dann wenn der topf zwei oder dreimal eben eingebrannt wurde dann zeige ich euch den nochmal und beende dann somit nachher dann das video bis gleich leute ich sag's euch so ein karibik badefilet ist echt geil glaubt ihr nicht hier traum der karibik ja und dazu noch der knirschende sand im rücken geil ich fühle mich richtig gut und so viel auch zu diesen naja immer wieder mal vorkommen ungepflegt videos ok der topf ist soweit die erste runde fertig ich lasse ihn jetzt ein bisschen abkühlen danach tue ihn nochmal einbeisern mit einem frischen schwamm weil ich habe nämlich festgestellt dass der schwamm zum fusseln anfängt schatz hat gesagt der ist verbraucht da ist das normal also frischer schwamm einbeisern wir nachher wenn er ein bisschen abgekühlt ist und dann noch zweimal und dann kann man heute abend lecker lecker topfen topfen ultimativen touch ofen video touch ofen reinigungs video fazit dazu erst in die spülmaschine dann sand strahlen dann neu einbrennen definitiv das nächste mal von haus aus so der touch ofen sieht aus wie neu er ist point tief rein er hat keine rostrückstände mehr unten drunter unter der patina und ich hoffe mal das bleibt so die nächste zeit die nächsten jahre schauen wir mal aber ich habe ja noch ein paar andere touch ofen die sehnen sich auch noch nach ein bisschen liebe und wie gesagt das einfachste wäre so eine kleine kann man sich kaufen zum sand strahlen wenn man natürlich einen kompressor hat aber naja zumindest momentan nicht okay das war es mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen hat euch spaß gemacht zuzugucken ihr habt wieder was dazu gelernt und ja ich habe meine erfahrungen weitergeben können in diesem sinne ein däumchen nach oben würde mich freuen nettes kommentar abos wie immer das übliche wir sehen uns dann im prinzip später nachher in der kilkota und ja schauen wir mal was es wird ich habe bis jetzt noch keinen plan was ich in den touch ofen mache außer dass es was mit hackfleisch wird leute wir sehen uns tschauikowski bis dann